So, jetzt noch schnell bevor es heiss wird, Kartoffeln spritzen. Ich habe ja nur noch 1,5 Hektar zu spritzen. Saatkartoffeln ist ja grau vernichtet. Darum geht das schneller. Eine Spritzung, 400 Liter die Hektare. Es sind halt viele die gleichen Bilder. Kartoffelspritzen schon etliche Male gefilmt. Wenn es euch auf den Wecker geht, schreibt es mir doch. Ja, in den Kartoffelgurchen hat da mein Feld Autosteering. Der fährt selber durch, da muss ich gar nichts lenken. Ohne GPS-Steuerung, der kann das einfach. Ja, ja. Sonst muss ich nicht mehr ins Wasser fahren. Die Gurken sind getrocknet. Spitzburken. So, die Spritzen leer. Dann wird wieder Tank spülen. Und der Rest wird da noch verteilt, bis ich da draussen bin.